Guten Tag, liebe Mitmenschen, herzlich willkommen am Mittwoch, den 12. Oktober. Es gibt heute in der akademischen Welt einen Schrei nach der Praxis, der wird fast immer sofort erhoben, wenn man mal versucht, einen Gedanken zu entwickeln. Ich kenne das schon von Podien, auf denen ich sitze oder Interviews, die ich gebe. Die dritte Frage heißt spätestens, nennen Sie mal ein Beispiel. Und neulich habe ich einen Vortrag gehalten über etwas ganz Theologisches und Theoretisches, nämlich Entäußerung nach dem Philippabrief. Und da ging es mir genauso. Ein Professor wurde ganz unruhig schon während dem Vortrag und nachher noch viel mehr, hat gesagt, ich bin total enttäuscht. Sie haben nur so allgemein dahergeredet und es fehlten die Beispiele, wie wird das praktisch, wie lässt sich das politisch umsetzen, wie kommt man damit also im konkreten Umfeld weiter und so. Und ich finde immer, erstmal brauchen wir eine gut gegründete Weltanschauung. Wir haben ein Defizit an Theorie, nicht an Praxis für meine Begriffe. Wir brauchen wetterfeste Überzeugungen, die sich dann auch bewähren. Und dann kommt die Praxis schon von selber und vor allem kommt sie zu jedem auch unterschiedlich, denn wir sind ja auch für das verantwortlich, was wir aus dem machen, wovon wir uns überzeugt haben. Und da mag ich es nicht, anderen Leuten vorschreiben zu wollen, was sie so zu tun haben. Und ich finde, dass ich mich da eins füllen darf mit dem heiligen Paulus, der ja in den letzten Tagen für uns seine Theorie von der Freiheit, die uns Christus gebracht hat, gründlich entwickelt hat. Theorie jetzt nicht als so ein blasser Gedanke, sondern im Wortsinne. Das heißt, die Schau des Ganzen. Er sieht das Ganze in seinen Zusammenhängen und er weiß, wo die Freiheit der Christenmenschen herkommt. Jetzt am Schluss des Galaterbriefes. Jetzt fängt er an, einige praktische Beispiele zu nennen. Jetzt fährt er sozusagen die Ernte dessen Heim, was er in Ruhe hat, wachsen lassen in seinen Betrachtungen. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder und Schwestern, nur nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Die Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid, maßloses Trinken und Essen und ähnliches mehr. Ich sage euch voraus, wie ich es früher vorausgesagt habe, wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Gegen all das ist das Gesetz nicht. Die zu Christus Jesus gehören, haben das Fleisch und damit ihre Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir im Geist leben, lasst uns auch im Geist wandeln. Der letzte Satz macht schon deutlich, worum es dem Apostel hier zu tun ist. Er erklärt seine Galater und uns alle für frei, frei von den Anstrengungen des Gesetzes und der Gerechtigkeit, die man durch die makellose Erfüllung der Gebote selbst erwerben müsste. Also davon sind wir frei, aber das soll uns nicht zum Vorwand dienen, dann die Sau rauszulassen. Sondern man soll an unserem Verhalten und vor allem an der Weise, wie wir mit anderen Menschen umgehen, erkennen, dass der Geist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit ist. Und all das, was er in dem Lasterkatalog schildert, dieses Ganze von Leidenschaften und Unvernunft und Unklugheit Zerrissene, das soll in uns nicht sein. Das sollen wir mit der Kraft des Kreuzes Christi überwinden. Ja, so gut wir können, will ich mal sagen. Und wenn es dann mal nicht gelingt, auch nicht den Bettel hinschmeißen und über sich selber verzweifeln, sondern ebenso wie Jesus, der dreimal unter dem Kreuz gefallen ist und sich immer wieder aufgerappelt hat, dann mit seiner Hilfe auch weitergehen. Gott segne und behüte sie alle.